Liebe Harmonikerfreunde, heute ist der Dirk bei mir und ihr seht schon, wir sind da beide gleich, heute die Dreiviertel, jeder hat sich ausgepackt. Dirk, wie lange hast du dich schon? Acht, neun Monate jetzt. Erst seit ein paar Monaten. Von wo bist du Dirk? Ich komme oben vom Jademoden von der Nordsee, aus Dangas. Das sind circa 1100 Kilometer von hier. Wahnsinn, dass du gekommen bist, da nach Tirol. Aber du bist öfter hier? Ja, wir kommen hier. Wir gehen gerne in den Urlaub. Und schöne Harmonika, wir spielen mal ein Lied. Wie ist der Dirk, so geht der beim Üben, wie fleißig er übt. Und das erzählen wir dann alles. Jetzt machen wir mal ein Lied, das ist von den Schürzenjägern, die Zillertaler. Das ist von den Schürzenjägern. Ich glaube, der Heim ist der Heim. Okay. Ich glaube, der Heim ist der Heim ist der Heim. Musik 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 Schon gut. Das war daheim ist daheim. Also normalerweise habe ich die drei Viertel selten an. Aber es ist halt doch nicht ganz so warm, es ist ein bisschen frisch, windig, da ist das perfekt. Das ist gut, super so. Wir sind perfekt bekleidet und auch in Grün, ja. Oft habe ich das Rote in Grün. Ist Grün die Lieblingsfarbe? Grün ist Lieblingsfarbe, ja. Vom Dirk die Lieblingsfarbe Grün. Und Dirk, ganz kurz, wie lange spielst du schon? Seit acht Monaten, neun Monaten, circa. Aber hast du früher schon mal gespielt? Nein. Nicht? Nein. Nichts. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht, nein. Nichts? Nichts. Ja, Schlagzeug ganz früher. Schlagzeug vielleicht ein bisschen. Dann hat er die rhythmischen Schuhe ein bisschen... Aber sonst nicht. Und vor neun Monaten begonnen, wirklich? Und dann übst du jeden Tag aber richtig fleißig, oder? Ja, ich war das letzte Mal hier ja im Dezember. Im Dezember, ja? Ja, da war ich ja gerade angefangen. Genau. Ja, jetzt haben wir... Aber dann hast du... Er ist ein Talent dann, weil... Normalerweise geht das nicht ganz so schnell. Er hat doch einige, wie viele Lieder... Schon einige Lieder kann er auswendig. Und wie viel übst du pro Tag, jeden Tag? Ja, fast. Also überwiegend jeden Tag. Aber wenn man mal arbeiten muss... Ja, ja. Dann kann es sein, dass man zwei Tage nicht... Aber wenn du übst schon mal eine Stunde? Ja, eine Stunde oder zwei. Also eine Stunde, zwei Stunden. Ja. Das ist sehr fleißig. Wie lange hast du... Einen Monat? Wie lange habe ich dich? Seit Februar. Im Februar habe ich dich. Ach du wirst ja, die Frau gerade... Die Frau ist auch da. Seit Februar? Ja. Und jetzt haben wir... September. September, also schon ein halbes Jahr ungefähr. Ja. Im Februar habe ich... März, April... Hab ich ja später gekriegt. Ein bisschen Lieferzeiten, gell? Ein bisschen Lieferzeiten, gell? Aber du hast jetzt... Hast du Freude, gell? Ja, super. Ja. Verstehen. Das sieht man wieder. Wir machen ein Lied gleich drauf. Weil er hat echt viele schöne Lieder. Und das ist ein Walzer. Ist nicht einfach. Den hat er sich schon vorgenommen. Weil er die Melodie kennt. Das ist rot. Rot, rot sind die Rosen. Ja. Wir werden es probieren. ist gut. Woll. Wir werden es probiert bin. Verstehen. 引pez! Wenn wir froh merken. Das ist nett und liebe, pyos. 같은histoire! Schneider auf jemanden sieht, wie sie rum Chicago sind, die Melodie machte. Das war falsch. Einfach nochmal neu starten. Alle guten Dinge sind drei. Ja, gut. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Das war falsch. Musik Musik Hat geklappt, ja wie gesagt hat man, hat immer wieder probiert, man muss aber sagen, wir haben es drin schon gespielt und du warst fehlerfrei, oder? Es ist auch, man muss sagen, die Nachbarn hören zu, die Kamera läuft, ja ja, und zu dem Stück ist es nicht einfach, die Umgriffe und so und vor allem, das hast du noch nicht lange im Programm, gell? Ne, seit zwei Wochen Eben, das war schon sehr gewagt vor der Kamera, aber ein schönes Lied, also gerne nachlernen, wem das gefällt, wir machen jetzt gleich eine flotte Polka wieder drauf, eine flotte und das ist auf der Streif, gell? Auf der Streif Den ersten du? Den ersten du? Die flotte Die flotte Musik 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 Aber er war sehr gut. Ja. Das Ende, ja. Ja, jetzt muss ich kurz fragen. Musikalisch, die Vorfahren, vor allem hast du das Musikalische? Keine Ahnung. Okay. Meine Mutter hat keine Musik, meine Vater auch nicht. Gut, dass du noch begonnen hast. Ja. Das wäre schade gewesen. Wie bist du auf das gekommen? Ich bin da drauf gekommen. Ich mache in Österreich Urlaub. Oft in Österreich? Ja. Und die Berge und alles? Und da war eine Kapelle. Und einer hat alleine mit Harmonika gespielt. Hat dir gefallen? Das hat mir sehr gut gefallen. Und es gibt ja einige Möglichkeiten zum Lernen. Wie bist du, hast du Zirchfuchs gefunden? Oder warum Zirchfuchs? Erst war ich bei Griffschrift wollte ich mit anfangen und das war mir zu umständlich. Okay. Und dann habe ich bei der Firma Schwarz angerufen, ob die mich weitervermitteln, ob die jemanden haben, wo man lernen kann. Und die haben dann gesagt, dass man zum Zirchfuchs geht. Und das gefällt dir? Und das ist super. Man muss muss dranbleiben. Bei einem dauert es länger, bei einem ein bisschen schneller. Ja klar. Aber wenn man dranbleibt und das Spaß daran hat und jeden Tag, der sich da hinsetzt, das klappt schon. Das geht schon, ja. Und vor allen Dingen ohne Noten. Alles ohne Noten. Alles ohne Noten. Alles ohne Noten. Das Gehör muss sich einspielen. Dann lernt man nicht wieder. Viele glauben das nicht mehr, dass man das so, aber man schafft es auch. Du bist ja auch, was bist du, 60? 60? 50? Ich? Ja. Ich bin 76. 76. Ich muss nur sagen, 76. Ja. Ich habe Fisch gut im Forum und die Musik hält dich jung. Ja. Und wenn man gehört, das ist auch immer besser geworden jetzt schon, oder? Ja, das wird laufen. Besser. Man muss dranbleiben und nochmal wieder und nochmal wieder und nicht aufgeben. Ja. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Na schön, echt, ja. Ja. Macht Spaß. Das ist auch eine schöne Ausgleichstherapie, gell? Ja. Wenn man sich mal eine Stunde freinimmt, dann kann man da auch gut üben. Wir machen dazu, weil es so eine Entspannung ist und so ein schön ruhiges Lied, das ist In die Berg bin ich gern. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020